Wo sind meine Kameras? Ah, bitte nicht! Damn, I think I'm in love with this weapon. I'm in love with the go-go- Oh, je, 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 je. Hab ich ihn bekommen? Er ist gedowned. Er ist gedowned, by the way. Nur noch einer. Also, der in A ist gedowned. Ah, gut job. Damn, I love it! Ohne Scheiß, G36 mit dem zweifach unangewickelten. Ich hab mich direkt verliebt. Oh, was ist das? Was ist das für eine Kam... Hä, wo sind die denn, Alter? Ach, die ist bei dir echt am Window. Wie sieht die geschehen aus? Oh, ich hab irgendwas. Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Wenn ihr lebt, du weißt, bruh! Oh, hip-fire! No, ich wollte den one-tabben. Meins? Oh, ich bin geslaut. Das ist der erste one. Booster! Der Echo ist mein Lobby. Wo sind die? Ja, das ist hier beim Piano, Jungs. Vorsicht, Vorsicht! Das Subjective ist wirklich ein Lobby, eigentlich. Ich secure? Das ist in der Ma... Okay. Oh, mein Aim. Holy Shit. Das Subjective ist mitten im Eingang. Also, wenn ich jetzt hier reinlaufe, bin ich tot? Oh, du hast drei Sekunden Zeit. Hier. Ja, und nach der... Wie heißt das? Nach der Phase... Die Ma... Drei Sekunden ist das nicht... Wo genau? Wenn die Dings-Spawn-Zeit vorbei ist, also... Ah! Du kannst nicht hinstellen, dann wird man im Geld einfach verloren. Ey, Jungs. Und die Juristikarten... Genes Rogue? Oder nicht? Alter, der Jäger stirbt doch. Oh, Junge. Oder Goyo. Der lebt Whisky. Gewinnt man noch die Runde eben schnell. Das macht der. Das ist 2-2. Was macht der? Ach du Kacke, Junge. Ich will irgendwas machen in dem Game. Wollen wir einfach rausgehen? Ja, das einladen. Die haben Blackbeard. Oh mein Gott. Wie ist ein Blackbeard bei mir, Jungs? Wer ist Papa los? Ja, Marcel. Er hat mich mit einer Blendgranate abgemacht. Wie ist ein Blackbeard? Oh mein Gott. Blendkilled? Wo ist er? Oh, der war down. Sorry, das wusste ich nicht. Alter, ich fühle die Waffe mit dem Scope. Er ist krank mit dem Scope. Er fühlt sich gegen down. Ja, Junge, ich wusste nicht, dass er down ist. Ich dachte, der chillt auf dem Boden wieder. Du bängeln auf damit. Du bängeln? Ich bin blind. No, I'm not. Du schlimmer Finger. Hallo. Wow. Okay. Ich will die alle mal direkt leasen. Oh ne, das war der gar nicht. Zerro. Zerro. Oh, ich dachte, ich hätte noch geklaut. Zerro. Das war ein geiler Schuss. Ola, Zerro, bitte. Das neue Holger ist zu P. Boah. Okay, da nichts. Oha, das hab ich ja noch nie gesehen. Junge, das ist Sledge. Das ist jetzt der Anführer von Rainbow. Cool. Der zeigt jetzt, welche Map wir bannen. Ah ja, warte. Map-Bun. Ah, hab ich auch noch nicht gemacht. Ganz nicht jede Map-Bun. Oha, Map-Buns. Map-Bun, der ist auf Kanal, nein, nein, nein. Bitte Villa, nein, bitte Villa. Nein, Kanal, bitte Villa. Nein, Kanal, Digga. Villa, 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 Villa. Man, so schlecht. Nein, Villa, Villa, mir doch egal. Nein, ich bleib auf Kanal, Digga. Er ist einfach Einzelgegangen. Ah, guck Marvin. Siehste, der musste noch drauf. Oh, Kanal ist ja geil gewesen. Kennt ihr noch den alten Hedge in dem Dings oben? Ich auch nicht. Ja. Nein, ich auch nicht. Amorti. Arven, Arven, einer kommt zu dir, einer kommt zu dir. Oh mein Gott. Noch letzter Garage, oder? Ich hab's erst geschafft, als ich in deine Augen geguckt hab. In mein Auge? Ja, weil die waren 35 gelb. Alter, das war sauknapp. Ist auch knapp, danke. Ja, ich war halt im Hologramm. Ja, ich weiß. Ich dachte, das war der Hologramm. Ach so, das ist er. Der Scope sieht so delicious aus. Ja, das ist richtig delicious. Auf der Waffe mit dem Scope, da hab ich mich echt verliebt, ey. Gibt's noch eine? Damit? Ja, Sophia und Jekyll auch. Jekyll? Ja. Er sitzt da immer noch. Magaena! Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank, ey. Wer versteckt sich denn bitte in deinem Unter? Wer war die ganze Zeit da? Ich weiß nicht, er war in dieser Theke da und hat einfach gewartet, bis Kunden reinkommen oder so. Das ist ein komischer Mensch. Nein. Das sind mehrere. Das geht auf. Das sind mehrere. Das sind voll viele. Marcel, du kannst... Was macht sie da? Wird ein Bauchlatter gemacht. Was ist das? Was ist das? Du mal in der Clip, bitte. Ich hab ihn gedaunt. Wen? Wo? IQ. Wie hat er da auf den Diffuser? Hä? Ihr habt doch gehört, wie einer reingegang ist, oder? Er ist unten. Er ist unten. Ausgegangen. Wow. Ist er ein Viecher. Wie lange ist downtime? Haben die Jungen was gesagt? Nein. Ich bin auf Twitter. Ich auch, Pokémon! Ops. Pocky, Pocky, Pokémon! Er ist oben gewesen, mal. Ich hab ihn gesehen. Er ist done. Ja. Nicht killen. Wow! Alter, der andere ist auch hier! Der andere ist auch da! Muss ich von der Hashtag noch zeigen. Oh, GG, GG. Schau mal kurz, ich komm mir Dings entgegen. Das ist GG, oder? Ja. Wie ist denn mein Gesicht von innen? GG. Ja, das ist GG, Boys and Girls. Oh, mein Game ist verpackt! Die ist verpackt. Ich stehe draußen irgendwo. Willst du dich umbringen? Nein, chill. Ich will leben. Nein, chill. Ich will leben. Du musst ein bisschen zurück, Marvin. Ja. 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 Nein, ein bisschen nach oben. Ja. Scope mal, scope mal. Oh mein Gott, wie weit ich reinzoome. Ja. Ein bisschen nach unten. Warte mal kurz, warte mal kurz. Die ist outside. Die ist bugs. Nein, du bist einfach Marvin. Geht's nach 5 Sekunden? Ja, ich nein doch! Ja, 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 ja. Hä? Du kannst doch ausschießen. Warte mal, kannst du mir Schaden zufügen? Schieß mal einfach. Nein. Digga, du machst keinen Schaden. Du machst keinen Schaden. Ach, Junge. Junge, drück einfach F6. F6? Ja, ich hab den Sound-Bug auch noch, oh mein Gott, ich will nicht mehr. Ja, das Game ist mega verpackt, ey. Egal was man zockt in Rainbow. Ja, ich brauch das Headset gar nicht aufsetzen, das verbindet mich nur noch mehr. Wird gejaggelt tracked. Genug ist genug, ich hab die Schlauze voll. Oh mein Gott, ich hab Steps, aber ich weiß nicht von wo. Ich rette sie zwar. So, ich rette sie. Eieieieie. Ach, das ist anstrengend. Oh the fuck. Nach oben gegangen? Ja, ne? Ja, das ist oben. Ich glaube Skylab. Die Ash oder was? Ja. Und einer ist oben. Und der ist wo? Oh, oben. Ah. Ja. Müsste das jetzt. Ja, was machen die? Boah. Was machen die hier für Sachen? Ey, ich krieg einen Freakill Jungs. Wollt ihr das sehen? Ja, ja. Freakill. Freakill in dem Moment, als du reinjumpst, bleibt er stehen und dreht's dich um. Und dann ist oben. Warte. Okay, warte. Alter, das ist geil. G36 mit dem. Ja, das ist... Schau mal vor, Ash hat sie raus. Ash. Er hat schon Ash gesagt, bevor er Ash gezeigt wurde. Ash. Ist das 1-5 oder 2-5? 2-5. 2-5.